Nr mehr nach Prozent das ist ein Spaß um ja in der die Aufnahme gesagt es gibt den Sprechplatz mehr obwohl ich noch massenweise davon habe ich mein zweiter was hierbei das ist doch eigentlich doch und was nicht ja ich habe verloren in die Union glaube ich noch zehn Sekunden bis oder nach also verkackt hatten ist wie sonst was ja ja schreibe nicht so laut um die Klinik und das ist also verkackt war spiele ich einfach in scheiß in zum Beispiel so ist dabei das war jetzt gerade am Anfang zu gut übern Hals Stimmen wie auch immer in Chester mh passt mh Next Quote Multiplayer mh naja ok Perch wollten wir noch mal sooo dann muss ich das nur noch hochladen mh mh müssen wir jetzt mal rennen dann zusammen mit dem ja Terraria Part aber ich habe ja Strumpfrei und deswegen den ganzen Tag Zeit New Zombie Nests Detected Niiiinn lasst mir ja noch ein Nest übrig clouds macht das lässt mich kaputt ich士 auch noch jung ist dass Opa lalala vielleicht sollte man aufpassen was man macht Was ja mein lieber Kollege hier anscheinend gerade nicht gemacht hat. Du heilige Scheiße. Ich dachte, wir hätten das Rest kaputt gemacht. Oh. Du heilige, wie viel kommen denn da noch? Ähm, ich hab nichts gesehen. Das war, das war, das war, das war, das war, das war, oh Gott, ist das lauut. Ja, sorry, das war jetzt ein bisschen veröffentlicht. Ja, wo sind die dazu, wenn man diese Zombie-Näste nicht zerstört, würde ich mal in der Welt haben. Ich bin heilige, warum? Was zur... Ich würde nie das so sehen. Heilige. Allein kriegt das Schlechtchen. Ich hab's versucht. Alter, mein Team ist auch nicht so ganzes Intelligenteste, ne? Hallo Leute, da ist ein Zombie-Spawn-Näste. Ihr wisst schon, dass man die zerstören muss, oder? Oh, haha. Ja, sehr schön, wenn die Zombie-Spawn-Näste kann halt die Waffe wechseln, während ich totkomme. Oh, oh, oh. Oh, die Zombies sind da, oh, ah, haha, hallo. Die Zombies kommen schon nicht nur da raus, weil sie sich sowas brauchen. Ach, du heilige Scheiße. Sind ja nicht viele oder so, wer wollte ich mal gerade angemerkt haben. Und was? Was ist auch? Oh, nee, meine gleiche Bordetung, glaube ich, gerade im Wohl. Schon beklebe ich so lange. Scheiße, weg. Wie ist das so rum, Alter? Das ist ja nicht mehr normal. Ja, nee, die campen natürlich alle auf meine Leiche, ne? Ich stehe jetzt nicht Spawn-Näste mit der Zeit, ne? Oh, ne? Sieht nur so aus. Äh, klar kommt mir nicht raus, Alter. Moment mal. Ich muss das in andere Weise klären. Ja, es ruckelt öfter ein wenig. Ja, verdammt der Scheiße. Ja, kleiner. Ich muss das in andere Weise wissen, das ist mir jetzt ein bisschen... Das ist mir jetzt Aua. Aua, das ist auch mein Boss. Diese scheiß Gelände sparmend. Das ist ein bisschen... Das ist die Maschung-Gott-Gott-Gott-Gott-Gott-Gott-Gott-Gott-Gott-Gott-Gott-Gott-Gott-Gott. Ich muss das, da. Ich muss das, da. Ich muss das, da. Ach... Das ist alles auch so blöd. Und? Ja, mal weg. ach du heilige scheiße was geht denn bei dem ab ja 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 Hatten wir aus dem... Scheiße, die fuhren ich mal. Das schaden euch nicht. Da ist sogar diese Madenpump. Boah, Alter, wie das so ruckelt. Das sind viele zu viele. Uahhhhhh. Ist aus dem Bereich zurückzunehmen, viele kämpfen. Daly Dommel. Uahhhhhh. Uahhhhhh. Zur Hölle. Mein Gott. Meine Waffe nachher... Heiliger Scheiße! Das ist voll... Winchester, super, Winchester, da hab ich doch schon mal. Oh, voll, oh, 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 oh. Oh, oh, das macht Spaß. Das macht Laune. Pam, oh, haha, hallo, 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 ich hab euch auch gerne, ja, ja, ganz toll. Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Diese Böhmer sind nämlich so dreckig, dreckig. Verweck! Jungen-Aufgabe, wie kommen denn hier? Oh, jele.. Diese Böhmer sind doch nur Musch, leider, was. Jungen, wenn wir das hier anfängst zu druckeln, wöde mich. Das ist eine Granate da. Ah, vielleicht passt da was gescheitzt dran. Ach du! Och Mann, die hätte ich jetzt gar mal gehabt. Leute, guck uns mal auf der Web an, Leute. Es kann die Web schon nicht mal mehr anzeigen, wie die hier sind. Hohoho, die Zombies bewegen sich nicht mehr, aber das ist ein Hacker. Ja, das ist ein Hacker. Ja, das ist ein Hacker, Leute. Schade. Seit der Fanks, wäschen ich jetzt auf dem Blaster, das ist so nett. Vielleicht ist das noch mal. Ach, das ist ein Hacker. Also, ruckelt jetzt. Oder ja, fangen wir auf dem Blaster an. Gut, dass ich nicht mehr Wies werden, irgendwie. Hohoho, ja. Dann war gut, dass ich ein Wiesbauer mit dem Blut bin. Heilige, wenn wir das noch hier irgendwie mit der Kurruppe gekriegen würden. Ich würde gerade mal die RSC-7 ausprobieren. BIO-Würfel. 500 Dollar für 12 Fragrin-Fragrin-Hates. Ah, da wird der Dachi-Elf ist online. Oh, oh, aha, es geht weiter. Ich muss ja nicht bewegen, okay. Jetzt, was ist das? Ich muss ja nicht mehr auf den Blaster, aber ich muss ja nicht mehr verraten. Oh, 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 oh. Oh, okay, das ist ein Hacker-Los. Alter, dies ist verrückt. Soll ich das einfach mal hinbekommen? Ich finde, mal ein Genbäger zu machen. Jetzt gibt's ja auch so ein Hacker-Grossel-Groß. vorab mit und und das das war Ahaha! Leute, das war jetzt schon epic, oder? Geil, die Zombies ignorieren, ich weiß, dass das überhaupt nicht. Ich hab' aber voll die Masse der Zombies mit Verpackt sind. Oh, Leute, ich hab' Lust, was jetzt gemacht wird. Gut, was kann denn da werden, halt? Ah, da sind die Leute, das werden wir ausnutzen. Parch, Parch, ja, und ich hab' die Kräse, das ist gut. Ich hab' nicht geschildet, was die nicht mit mir gegangen. Ist das ein Vollhänger, oder? Ja. Ich hab' das auch. Okay. Okay. Ne, das sind inzwischen so viele Zombies, dass das System sich von hinten komplett aufhängt. Schaut mal, die sexy Aufbauanzeige! Gatsch, ja, Leute. Ich bin halbjährig, Leute. Ne. Na gut, so macht man's, Leute. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wie bin ich denn jetzt, lol? Ach, wie elppisch ist das denn? Was ist das denn? Okay. Ist wieder am Hängen. Was? Ja, Alter, die Lobby ist ziemlich geheckt, hat das Gefühl. Na gut, dann beendet ich, das mal. Das passt ja auch mal, dass man das aufnehmen. Na, so. Geht jetzt weiter? Ja, geht weiter? Ja, geht weiter. Zwischen. Ja, ja, zwischendurch. Ja, zwischendurch. das ist ich hab sie zu einfach gerade beendet und noch mal neu gestartet weil es einfach ja wie gesagt sie nicht mehr in mir gesehen äh ich stelle ihr gesagt in den Zeilen und hier neben der könnte ich dann einmal mehr ohne drauf drückt ihr könnt euch dann eins erstellen jetzt noch einmal versuchen so Multiplayer also wenn es jetzt nicht klappt dann hör ich dann auch auf 1140 ist das ein epic ist das ein episches Zeichen ich muss so los geht's ja ja es ist wieder nicht mehr ich bin schon wieder Die Spawn ist ... Die Spawn ist ... Der�ere Fall ist wie geraischist. Jetzt, die sind nicht mehr gut, ne? AAAAAAAH! Ich hab ... gekopst in die Rücke. Jetzt ist er wirklich ... Oh mein Gott ... Was hinschaut? Ja? Ja, ja, ich bin zurückgekommen. Strunst Metall drauf, halt. Ah, der ist schon mal wieder. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Oh, oh, der hat er, der hat er, der hat er jetzt schon wieder zu gehen, ja? Oh, die haben wir jetzt schon wieder zu gehen, ja? Oh, das ist jetzt schon wieder zu gehen, ja? Nein, vielleicht geht doch. Ich bin hier. Ich bin hier besser. Ja, klar, dass der Torne kaputt geht. Und klar, wie viele. Ich werde das jetzt einfach nicht zählen. Was? Der Torne ist... Hier, ich bin jetzt an den Rücken gewesen. ...interessant. Ich habe den Torne drauf. Ich habe den Torne schafft, die es durch. Oh, mein Storchs. Er ist wieder alle. Nein, nein. Ähhhhh... Wie ist das denn, wie ist das der Stuhl? Wie ist das Haseln da eigentlich eigentlich eigentlich, wenn ich mal eins da bin, wenn... Das ist nur für einen Sanko. Was ist der Kölger jetzt, ne? Oh, ich bin natürlich nicht praktisch. Oh, ich bin sehr periodiert. Das andere Stifte, die quasi schnell zurああ. Das war's. Da war's, da war's ja gar nicht. Da war's ja gar nicht schon gesunken. Ha, da war's für Schatz, ich hab' die Idee, um die Galerie zu stellen. Guck mal, wie ich den Mini schon wieder verbraten hab, Alter. Oh, wir hatten alle vier B-O-D. Oh, die möchte ich jetzt grad noch ausprobieren. Ich weiß, das war nämlich relativ heftig die Waffe. Ja, wird ja sehr wichtig, wie es sein ist. Spawner-Set zu sehen. Oh, dann kümmern sich die Zombies, das heißt... Oh, und da ist das wieder in Rücken gerade. Oh, ja, Sengi-Spawner ist da nur lust. Der Spawner ist kaputt, sagen wir's jetzt mal so. Oh, dieser wird in Rücken zwar ein bisschen schlecht. Alter Schwede. Das war's für mich also nicht irgendwie, dass ich's mir gedacht hab. Oh, okay. Ich hab' die Bratz ja wirklich blind bei mir, okay. Oh, die Brünste, das ist schon mal laut. So ist das so laut, da ist doch keiner. Also hab ich grad die MW-Mischkei gesehen. Da kann man doch echt nur sagen, die Waffe bratzlicht zu fallen. Boah, aber STEck, da war ganz ruhig. Was ist das denn hier? Ah, wenn ich's noch ruhig checken, das kann ich't verhandeln. Ich hab' dann... So, ähm, hab ja noch, hab ja noch, ich hab ja noch eine Komplikidee, wo ich in der Tasche... Ja, eine Komplikidee, wo ich in der Tasche... So, und das, äh... Ach du Scheiße, ist das auch mal in der Tasche... Na, sorry, ich hab fast alles mit dem Reich selber in der Tasche... Juhu, und, äh, von der Komplikidee an, Mann... Ich bin doch mal... Ja... Nicht... Doch... Nicht... Das... Okay... Oh, was ist das hier? Scheiße, ist die ja nicht schnell geworden... Ach, 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 ach... Was hab ich mir gerade rief, hab ich noch ein bisschen kurz zugefahren... Beide, denn ich halte die Leute, ich bin ganz ganz von mir leide... Ich bin ganz von mir die Leute, ich weiß nicht... Echt? Ich bin ganz von mir hier auf der Kiste... Hör, hör, hör! ちょっと ein bisschen Kiste, war die Leute! Ach, 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 ach... C, wie ja... Ich muss nur so viel wieder abgehauen. Ich weiß, dass wir da nicht mehr so viel brauchen. Ich weiß, dass wir da nicht mehr so viel brauchen können. Ich bin ja so viel im Lachen. Wir müssen jetzt einfach mal rein. Aber das war schon jetzt ein Gefühl. Ich hab auch sehr viel Gefühl in die Läge. Ich hab auch sehr viel Gefühl in die Läge. Ah, nein! Double Barrel! Ah, ich glaube, ich bin ein Double Barrel. Ja, gut, wie das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es gibt, glaube ich, schon noch ordentlichen SP. Was ist das da für die Sätze? Ich meine, wir kriegen ja nur noch ein Kölz-SP und Punkt. Ja, das wird schon im Grunde sein. Da gibt es ordentlich Kölfen ab Kölz-SP. Ja, klar. Ich werde gerade ein bisschen übergehen. Ah, lecker! Ich möchte nicht sagen, dass wir die jetzt nochmal auslösten, aber jetzt geht's nicht. Wie lecker ist das? Okay. Ich werde keinen Achtladen. Das ist hier einfach super normal, aber es hat sich gemacht, wenn der von Flickern am Ende, ne? Oh, die Backe ist auch schlecht. Ach nee, nicht wieder der Backe, oder? Och, ich hasse diesen Backe. Ja, jetzt ist das schon nicht vorbei. Schön, gell? Och, es hat wirklich was in dem Spiel. Oh, guck euch die Geo-Wild an, Alter. Wie wir sagen, weil die Waffe jetzt nicht richtig rein ist. Und ja. 50 Punkte gemacht. Oh, da hat ein Raketen-Läufer. Oh, wir haben's geschafft. Oh, der verstaunt ist auf mich. Oh, ich holt's weiter. Oh, geht's tausend, Alter. Ja, sehr schön, Level Up. Oh, guck euch die XP an, die wir gekriegt haben. 10.000. Wow, heftig. Wie gesagt, hat denn der... Was zur Hölle? Warum hat denn der 7.000 gekriegt und ich hab 10.000 gekriegt? Okay, der hat 3.000 Cash gemacht. Ähm. Ja. Das war dann eigentlich auch schon das Special. Ich wünsche euch dann viel Spaß, noch einen schönen Tag und bis dann.